ich bin 20 und ich blute was das für ein refrain wie kommt man auf so einen satz dieser satz ich bin 20 und ich blute ist tatsächlich genau exakt so gefallen im leben und ich möchte euch diese geschichte dieses satzes erzählen weil ich finde es ziemlich unwahrscheinlich dass jemand so einen satz sagt und ich musste ein lied daraus machen ist schon einige jahre her ich saß von hamburg nach berlin in einer mitfahrgelegenheit in diesem fall war es von berlin nach hamburg nicht gefahren hinten auf der rückbank von irgend so einem kleinwagen wir saßen zu dritt da neben mir links neben mir saßen mädchen mit der ich die ganze zeit gequatscht habe ein paar jahre jünger als ich und wir haben so aus unserem leben erzählt blablabla und irgendwann sagt sie sag mal wie alt bist du denn eigentlich ich sagte ja keiner ich weiß nicht wie alt ich war 25 oder so ach so ich bin 20 und in diesem moment wo sie das sagt ich bin 20 öffnet sie ihr bier mit kronkorken und feuerzeugt das ploppt auf der kronkorken fliegt nach oben wie sagt er reflektiert springt prallt ab an dem dach des autos und ratscht ihr hier den arm auf so dass sie plötzlich heraus blutet und so sagt sie tatsächlich bin 20 und ich blute und ich dachte was für ein stranger satz also er hat gepasst in diesem moment aber wie wahrscheinlich ist das jemand im leben sagt ich bin 20 und ich blute und ich hatte so ein quasi ohrbom von diesem satz dass ich ein lied darüber machen musste wollte durfte da ich euch schon mal im apparat habe noch ein bisschen was anderes jetzt im böse das album ist ja jetzt ein paar tage draußen vielen lieben dank für die nette und coole rückmeldung also auch auf privater ebene was da viele leute mir geschrieben haben sehr sehr nice und ganz ganz vielen dank auch an die leute die sich zusammengefunden haben eine support gruppe auf instagram um die einzelnen trailer und ankündigungen zu teilen saskia robin nancy otto etc 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 vielen lieben dank das ist mega geil weil ja keine ahnung kein mensch kriegt davon mit und wenn die leute ein bisschen das verteilen dann kriegen sie die leute halt mit und das ist sehr cool wer bock hat mich zu supporten in solchen gruppen und ein paar sachen zu teilen mich bitte einfach privat anschreiben für die nächsten releases es wäre sehr cool ah ja und es gab auch ein bisschen negative rückmeldung darüber dass manche enttäuscht waren es ist nur ein remix album nur in anführungsstrichen weil sie sich halt gefreut hatten alles kommt was neues von martin mcfly es gibt komplett brandneue musik und nicht nur in anführungsstrichen remix ich kann euch beruhigen es sind drei ein zwei drei komplette brandneue eps fertig es fehlt nur das master bei allen dreien das heißt es ist sehr sehr viel in der pipeline es kommt jetzt nach für nach für nach sagt man nicht ne schritt für nach nach für schritt schritt für schritt die dinge heraus ich habe mit majus eine sehr geile platte gemacht die dann endlich rauskommt ich habe eine komplette ep aus der sicht von ludwig van beethoven geschrieben bisschen crazy aber mega geil und ich habe mit shaban zusammen eine platte gemacht nach shaban und captain peng kommt dann in diesem herbst shaban und martin mcfly auf kreismusik raus und das wird sicherlich auch wild also bitte dranbleiben ist ziemlich nett wollte ich euch noch immer sagen ja ich habe ja vor vor zehn tagen oder so kasachische techno produzenten gedisst da gab es ein bisschen negativen gegenwind der sich aber sehr positiv entwickelt hat und zu einem sehr nicen produkt geworden ist anfang nächster woche kann ich euch darüber was zeigen es wird sehr techno haft und sehr geil es ist geil wie sich manche sachen entwickeln also bleibt dran liebe grüße tschüssi